Hallo, wie geht's? Heute bin ich in der Motorsport Arena Oschesleben. ADRC Speed Weekend. Und ja, ich darf hier ein bisschen grillen und ist auf jeden Fall laut, windig, auch kalt, aber echt geil. Ich bin hier auf dem Turm, auf der Terrasse. Das Wettel ist endlich wieder schön geworden. Der Regen ist weg, die Sonne ist rausgekommen. Es ist noch sehr windig und kalt. Aber ja, macht Spaß und ich gucke mal, wie der Stadt verläuft. Musik 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 Musik